Vielleicht habt ihr ja schon mal dieses Video gesehen. Angeblich soll man ein LED-Licht mit nichts weiter als einer Zitrone bauen können. Das funktioniert natürlich nur mit einer grünen Zitrone und angeblich mit bis zu drei LEDs. Den Link hat mir Opa Science 3581 geschickt und natürlich erkannt, dass es sich dabei um ein Fake-Video handelt. Und er hatte keine Lust, das auszuprobieren. Kann ich verstehen. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht lohnt es sich doch ein paar Gedanken mehr daran zu verschwenden. Vor allem, wenn man daraus vielleicht noch was lernen kann. Und deshalb will ich heute zwei Fragen klären. Zum einen, warum ist das Fake und kann so nicht funktionieren? Die meisten von euch werden sicher mindestens einen Grund nennen können. Aber es soll ja noch Leute geben, die sowas glauben. Die zweite Frage ist aber viel interessanter. Kann man vielleicht doch mit nur einer Zitrone eine LED zum Leuchten bringen? Und wenn ja, wie? Herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Ja, warum kann ich nicht einfach eine LED in eine Zitrone stecken und sie leuchtet? Im Prinzip sind es drei Gründe. Grund 1. Wenn ich zwei gleiche Metalldrehte in eine Zitrone stecke, entsteht zwischen ihnen gar keine Spannung. Für eine funktionierende galvanische Zelle braucht man zwei unterschiedliche Elektroden. Unterschiedlich, was ihr Standardpotenzial angeht. Darauf, was das genau ist, will ich jetzt nicht genauer eingehen. Ich habe hier mal eine kleine Liste mit Elementen gemacht, die dafür in Frage kommen könnten. Vor allem natürlich Metalle. Nach dieser Tabelle teilen wir auch die Metalle in edle und unedle Metalle ein. Die mit einem positiven Standardpotenzial im Vergleich zu einer Wasserstoffelektrode sind die edlen, die mit negativen Potenzial die unedlen Metalle. Um eine möglichst hohe Spannung zu bekommen, sollte die Differenz der Potenziale der Elektroden möglichst groß sein. Also am besten kombiniert man ein möglichst edles mit einem möglichst unedlen Metall. Die unedlen Metalle geben leicht Elektronen ab und sind deshalb der Minuspol der Zelle. Was käme da in Frage? Warum man für galvanische Zellen keine Goldelektroden nimmt, dürfte auf der Hand liegen. Bei Silber ist es ähnlich. Auch ich werde nicht mit Silber arbeiten. Bleibt noch Kupfer und das dürfte jeder Bastler im Haus haben. Auf der unedlen Seite habe ich Lithium nur aufgeführt, weil es ein besonders negatives Potenzial hat. Es kommt aber praktisch nicht in Frage. Aluminium wäre ein Kandidat. Allerdings wird die Oberfläche sehr schnell passiv. Das heißt, sie oxidiert sehr schnell, was dann den Stromfluss behindert. Darum ist es nicht besonders gut geeignet. Bleibt als Alternative Zink. Die Differenz der Potenziale von Kupfer und Zink liegt bei etwa 1,1 Volt. Allerdings wird man diese Spannung nicht wirklich erreichen, da noch ein paar andere Dinge eine Rolle spielen. Ich rechne da so mit etwa 0,9 Volt. Und da haben wir schon das zweite Problem. Die Fluss- oder Schwellspannung einer LED liegt zwischen 1,2 und 3 Volt, je nach Lichtfarbe. Je kürzer die Wellenlänge, umso höher die Spannung. Das beginnt mit Infrarot. Und die ersten LEDs im sichtbaren Bereich, also die roten, brauchen mindestens 1,8 Volt. Da haben wir mit unserer Kupfer Zinkzelle keine Chance. Nicht mal so eine Alkalizelle mit 1,5 Volt schafft das. Und es gibt noch einen dritten Grund. Ich bin ja nicht der Erste, der sich mit irgendwelchen Obstbatterien beschäftigt. So wie die in der Regel konstruiert werden, kann man vielleicht maximal 100 µA entnehmen, ohne dass die Spannung zusammenbricht. Um eine LED vernünftig zum Leuchten zu bringen, braucht man aber 15 bis 20 mA. Selbst bei einer Niedrigstrom-LED sind es noch 1 bis 3 mA, also etwa 10 mal so viel. Das heißt, so wie es in dem Video gezeigt wurde, funktioniert das nicht. Weder mit einer gelben, noch mit einer grünen Zitrone. Und schon gar nicht mit einer beliebigen LED, wie man uns in dem Video weismachen möchte. Jetzt aber zu der Frage, geht es vielleicht doch. Wir müssen ja nur die drei Probleme beseitigen. Problem 1 ist recht schnell gelöst. Ich nehme eine Kupfer- und eine Zinkelektrode. Was ist mit der Spannung? Da erinnern wir uns doch mal an das Video zu den Schaltwandlern. Mit einfachen Mitteln habe ich es ja da leicht geschafft, aus einer 9-Volt-Batterie mehr als 100 Volt herauszuholen. Diese gängige Spannungswandlerschaltung arbeitet genau nach dem Prinzip. Im Grunde ist es ein astabiler Multivibrator, der eine Spule ständig ein- und ausschaltet. Die beim Ausschalten entstehenden Spannungsspitzen addieren sich zur Batteriespannung. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Mit 1,5 Volt funktioniert das schon mal. Ja. Ab 1,2 Volt wird es dann schon eng. Bei 1 Volt glimmt die LED bloß noch. Und bei 0,9 Volt geht nichts mehr. Wie können wir die Schaltung optimieren? Ich versuche es mal mit einer höheren Taktfrequenz. Dazu verringere ich den Kondensator um ein paar Größenordnungen. Bei 0,9 Volt ist noch etwas zu sehen. Aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Auch die Erhöhung der Induktivität der Spule hat am Ende nicht allzu viel gebracht. Wo könnte das Problem liegen? Nun, wir müssen mit der Spannung nicht nur die LED zum Leuchten bringen. Auch der Multivibrator muss mit der Spannung noch funktionieren. Die Basis-Emitter-Dioden der Transistoren werden aber erst ab etwa 0,7 Volt überhaupt leiten. Wir wollen die Schaltung mit einer Spannung betreiben, die nur 0,2 Volt darüber liegt. Wie wäre es denn, wenn wir die Schaltung mit Germanium-Transistoren aufbauen? Die brauchen nur 0,3 Volt. Wie man so eine Schaltung entsprechend umdimensioniert, dazu gibt es ein ganzes Video. Wer will, kann da nochmal nachsehen. Ja, selbst bei 0,7 Volt leuchtet die Diode noch ganz anständig. Das entspricht schon eher meinen Vorstellungen. Selbst bei 0,45 Volt leuchtet die LED noch. Bleibt noch das dritte Problem, das zu lösen wäre. Woran liegt es denn, dass man aus so einer Zitronenzelle nur so wenig Strom entnehmen kann? Unser Stromkreis sieht ja in etwa so aus. An den Klemmen der Zelle liegt unsere LED. In der Zelle entsteht eine Urspannung, dargestellt durch diese Spannungsquelle. Früher nannte man das EMK, elektromotorische Kraft. Die Zelle hat aber auch einen Innenwiderstand. In Abhängigkeit von dessen Größe und der Höhe des entnommenen Stroms fällt ein Teil der Spannung dort ab und die Klemmspannung der Zelle geht in die Knie. Deshalb macht es auch keinen Sinn, eine Batterie nur mit einem Spannungsmesser zu testen. Der entnimmt so wenig Strom, dass man fast immer die volle Urspannung misst. Bei einer verbrauchten Batterie ist einfach der Innenwiderstand viel größer geworden, sodass die Spannung unter Last zusammenbricht. Also Batterien immer unter Last testen. Das Problem mit der Zitronenzelle wird also der hohe Innenwiderstand sein. Meist werden ja nur zwei Nägel in die Zitrone gesteckt. Man muss sich aber mal den inneren Aufbau so einer Zitrone ins Gedächtnis rufen. Die einzelnen Segmente sind durch Häute getrennt, die den Strom bestimmt nicht besonders gut leiten. Die Aufgabe ist also den Innenwiderstand möglichst klein zu halten. Darum werde ich keine Nägel, sondern Metallstreifen mit einer viel größeren Oberfläche nehmen. Und ich werde die Streifen ganz nah aneinander platzieren, nur getrennt durch ein saugfähiges Material wie Löschpapier oder Stoff, das ich mit dem Elektrolyten, also dem Zitronensaft, vollsaugen kann. Ich hoffe, dass ich so genügend Strom für eine LED bekomme. So, es ist also Zeit für ein kleines Zitronenmassaker, aber erstmal bereite ich die Kontakte vor. Das war das Sitzleutern, das ist auch ein schönes Zitron. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Testen wir zunächst mal die Leerlaufspannung. Mit meinen geschätzten 0,9 Volt lag ich da schon ganz gut. Die Frage ist nur, reicht der Strom, damit die LED leuchtet? Im Prinzip ja, es ist nicht die volle Helligkeit. Wenn ich so ein bisschen an der Zitrone manipuliere, leuchtet die LED immer mal wieder etwas heller. Da ist bestimmt noch etwas Luft nach oben, was die Konstruktion der Zitronenzelle angeht. Aber prinzipiell geht es. Also, Mission erfüllt. Man kann eine LED mit nur einer Zitrone antreiben. Allerdings nicht so, wie in dem Video am Anfang gezeigt. Und ich habe es sogar mit einer gelben Zitrone geschafft. Einen wirklich praktischen Nutzen hat das Ganze natürlich nicht. Darum ging es auch gar nicht. Es war mal wieder ein Beispiel, wie man durch etwas Nachdenken zuerst ein Problem analysiert und dann nach einer Lösung sucht. Ich hoffe, ihr fandet das Video trotzdem unterhaltsam und vielleicht auch ein wenig lehrreich. Falls ihr selbst ein bisschen mit Obst- oder Kartoffelbatterien experimentieren wollt, könnt ihr die Ergebnisse gerne in den Kommentaren hinterlassen. Viel Spaß dabei! Ach ja, ich hoffe, dass ich nicht extra betonen muss, dass ihr die Zitrone danach nicht mehr essen solltet. Deshalb entsorge ich die jetzt. Tschüss!